Ich habe die M3, das wird wild für mich Links, links, alle links Ich sterbe Niiiiooo, die Artinates Ja, wollt grad sagen Und die haben zwei Mane wieder Die haben ja theoretisch auch, aber Ich spiel einfach irgendwas grad, weil ich nicht Kandos mehr hab Hey, aber nicht Throne jetzt Nummer 3 ist hier Junge, Junge, Junge Meine Huppe Kursi ist immer wieder Ich hab' Das ist doch in Ordnung Junge, was mach' ich denn hier? Ich bin tot Oh my god Ey, der Reaper's slow, ey, der Ja, gut Och, ne, das ist Okay, ja, deswegen, ich No way Wie gesagt, also Ich hab' ja keine Ahnung, was das tun soll Wenn du einmal auf dem Punkt ist, kommst du da Warte, warte, warte Ich mach' das schon Ich hol' jetzt den Punkt allein Mach' mal jetzt Ja, das geht aber nicht Ja, das geht aber nicht Oh my god, die hab' ich vorhin bisschen Hilfe Moira low Moira ist immer noch low Ja, das ist ja der Punkt Ja, das ist ja der Punkt Ich hab' die Ja, das ist ja der Punkt Jawohl, Moira ist gut Ähm Fing die kann ich nicht Oh oh, wir wollten mich reinrollen Warte, ich's rechtlich Vielleicht Arrest mich, Herr Lerf Ich geh nicht zu weit rein. Ja, ich versuch. Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Können wir was raus? Hören wir noch? Ja. Hallo. Soldat, komm rechts. Nicht der Soldier. Nice pick. So, Joey. Schöner Korn steht auch noch hinter der Ecke. Wir sind alle links noch. So, jetzt mach mal. Und dann fang ich wieder an daneben zu schmeißen. Hi. It's wonderful boys, it's wonderful. Ich komm zu dir nicht hoch, danke. Ball geht rein. Socks. Haben wir eine Dose auf. Ich frage, ist geht der rein oder wird der rein? Haben wir eine Dose auf? Haben wir eine Dose auf? Hau ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich wurde einfach instant aus meinem Rollhawk rausgespielt. Anna ist in der Mitte. Low. Nice. Sehr gut. Das geht doch. Aber einfach normal. Skyman, Porsche Cayman S. Geht Point, geht Point. Komm in die Gruppe. Ich brauche mir den Teleporter. Jawoll. Oh Gott. Ich brauche viel. Ich bin nämlich gehackt. Ja, ich hab halt Tourist Point. Äh. Haben wir jetzt runter dabei? Ja, ist okay. Fliegen ist noch einer. Sombra nach der Zeit. Ich hatte niemanden springen. Mann. Was ist denn los? Hörst ihr laut? Ja, wir werden immer in der zweiten Phase des Punktes schlagen. Ja, wir werden immer in der zweiten Phase des Punktes schlagen. Ja. Wir werden immer in der zweiten Phase. Wollt ihr spannend machen? Ja. Aua, betont. Der meint, Null hat mich das gelernt. Ja, danke. Mach mehr, als ich bist. Andi. Ja, richtig. Richtig. Andi ist zu Willen, Mann. Ja, ist richtig. Ja. Der ist gut. Ja, der ist einfach mal. Okay, dann. Mach mal, jetzt. Ja, dieser dreckige IMP. Ja. Der hat halt nichts gemacht. Egal. Sie ist trotzdem dreckig. Ich bin schon wieder gehackt. Ich hasse dieses Spiel. Danke. Doch, Heels. Abfarm, abfarm, abfarm. Und hier Spaß bei WC. Ich bin noch eins. Zwei. Der Genji, next. Ja, zweite Phase haben wir erreicht, oder wie? Reicht er? Genau, ist genau 50%. Alles klar. Ja, ihr bleibt mal genau da stehen jetzt. Ja. Lebt er da. Dann Nanowild. Äh. Ja. Ich bin noch eins. Ich hab auch noch ein. Oh, Mann. Ne. Ding in. Die ist lost. Viel zu lost. Scheiße. Bin ich, ne, betont. Ich bin mit dem Mainz rein gecharget. Wait. Ah, niederen. Ist noch Domblochen? Ne, niemand ist mehr auf der Punkt. Nachdem Raid. dann gewinnen wir das jetzt noch also ich genauso der ball ist noch hilfe ich bin erst jetzt wieder da ich habe es noch nicht zu dir soll jetzt der voll kommt wieder vorhin wir haben jetzt ein mccree Ich brauche den Brockdau Ochhnööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö 블�L-Käzterin-Kne Russell Schuss Die haben hier nur ein Problemchen mit den ganzen Bieten Auch Healtopp porch wurde hier Restort gehalten vor Healtopp Jaaa, jaaa Das habe ich Jaja, ich war grad kurz rausgetraubt Ja, das kann zu ihm sagen, ich hab noch 6 HP und ich hab keinen hohen Streifschuss geschehen ich kann den nicht pushen rechts unten steht noch nicht mehr ich muss einfach deine welt irgendwann wenn da leute kommen ich würde einfach gebläht was soll denn das ich blade 6k das haben wir noch gewonnen